In der ewigen Bestenliste, mit seinem 21. Weltcup-Sieg womöglich. Ich traue es ihm zu, in dieser Form, schon wieder kein Wackler in der Luft. Und das wird sich wohl ausgehen für Halvor Egner-Granerüth. Der ist einfach sensationell gut in Form. Eine Klasse für sich im Augenblick im Skisprung Weltcup der Männer.